Ich unterstütze den Volksentscheid, weil ich toll finde, dass es natürlich viele Menschen gibt, die Fahrrad fahren wollen. Das ist für unsere Zukunft gut, das ist für die Stadt gut und das habe ich auch in Amsterdam gesehen. Dass die Menschen sich so dran gewöhnt haben, Fahrrad zu fahren, dass das völlig normal ist. Das finde ich natürlich toll, weil natürlich ist es schön, zu sehen, dass Menschen sich bewegen, dass es eine gesunde Stadt ist, dass die Holländer an sich auch echt fit sind. Es ist einfach für die Gesundheit gut, attraktive Menschen, Männer und Frauen, haben wir alle was von. Das hat Spaß gemacht und so stelle ich mir natürlich Berlin dann irgendwann in der Zukunft auch vor.